Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und hier ist Mirko auch am Start. Was geht ab, Leute? Und heute ist unser Geburtstag, Leute. Heute ist der 13. Februar und wir beide haben heute Geburtstag. Das ist so heftig, Leute. Das ist so krass. Einfach am 13.02. Ich bin heute 18 geworden und Mirko ist heute 22 Jahre alt geworden. Erstmal alles Gute an Mirko, Bruder. Alles Gute. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und ihr seht schon am Titel, es ist was passiert und zwar muss ich zum Arzt. Und ihr habt vielleicht das letzte Video schon gesehen, das mit diesen Bonbons, was ich und Miguel gemacht haben. Das Ding ist, das ist nicht so gut ausgegangen für meine Zunge. Und Leute, ich zeig euch mal meine Zunge. Einen Tag später jetzt sieht meine Zunge so aus. Sie hat einfach so eine richtig fette Hautschicht, ist einfach weg. Das sieht aus wie ein Loch, Leute. Ey, sie ist einfach weg und das brennt die ganze Zeit. Live sieht das viel krasser aus. Das ist live viel heftiger aus als auf der Kamera, ich schwöre euch. Das tut so heftig weh. Das ist einfach ein Loch. Ich schmerke auf der Stelle auch gerade gar nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall zum Arzt gehen und das mal durchchecken lassen. Nicht, dass da irgendwas Schnelles passiert ist oder so. Deswegen einfach auf Nummer sicher einfach zum Arzt gehen. Let's go. So Leute, wir sind jetzt hier beim Arzt und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Wir haben gar keinen Termin. Das ist irgend so ein Arzt, den wir aufgesucht haben. Geht einfach rein, Junge. So Leute, ich bin jetzt fertig vom Arzt. Er hat gesagt, wegen der Zunge, dass es da wahrscheinlich nicht weggeätzt ist. Ich habe ihm das erzählt mit den Bonbons und so. Und er hat einfach gesagt, ja, der ist die Hautschicht weggeätzt. Und er hat mir ein paar Medikamente verschrieben. Das Ding ist, ich wurde ja im Blinddarm als Kind operiert. Das war vor sieben Jahren, acht Jahren, wurde ich am Blinddarm operiert oder vor sechs Jahren. Auf jeden Fall habe ich da eine Narbe. Und er hat die ganze Zeit in die Narbe reingeführt, also so an die Narbe reingeführt, richtig gesorgt. Und das tat mir richtig hart weh. Und er hat gesagt, dass einfach kein, nicht gut ist. Und dass ich, ich muss jetzt einen neuen Termin machen und muss einen Ultraschall mit ihm machen. Scheiße, Mann. Ich muss einfach Ultraschall machen. Wer bin ich? Ich bin nicht schwanger. Scheiße. Guck mal, da gehe ich zum Arzt wegen was. Das ist anscheinend gar nicht so schlimm. Und dann findet er irgendwas anderes. Oh nein. Auf jeden Fall, Leute. Wir sehen uns später. Yo, Leute, was geht? Wir sind gerade im Hotel mit Miguel zusammen. Was geht? Was geht? Und hier sind die anderen beiden. Was geht, René? Was geht, Justin? Und wir chillen hier. Hier ist noch Sarah. Was geht, Absatz? Und wir chillen gerade hier. Wir gehen gleich hoch in den Pool. Die drei sind schon im Bademantel hier unterwegs. Ihr wisst Bescheid, Leute. Gestern war auf jeden Fall totaler Absturz am Geburtstag. Wir haben reingeführt. Ich bin in meine eigenen Kotze aufgewacht. Oh nein. Bruder, wie geht es, Justin? Oh, ja. War schon mal besser. Ich war heute wieder beim Arzt zur Bandwegseln. Tatscheiße weh. Nein, Miguel. Piss nicht wieder aus dem Fenster. Nein, film das nicht. Aua. Yo, Leute. Was geht ab? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich dachte, mir zeige ich euch mal die Geschenke, die meine Freundin und ein paar Freunde mir geschenkt haben. Einmal hier diese kleinen Versace-Düfte. Seht ihr das? Ich finde, die sehen so unendlich süß aus. Die sehen einfach so süß aus. Guck mal, Leute. Hier ist ein Mini-Versace-Düster-Kopf. Hier auch so. Miguel hat mir einen goldenen Controller geschenkt für die PS4. Genau so, Bruder. Danke, Mann. Ein paar Geschenke kommen noch. Und Sinan hat mir auch so Badeschaum gekauft. Und Fast and Furious 7. Also Sinan war für den Badespaß zu haben. Ich wollte sagen, dass ich dieses Video einfach an dieser Stelle hier beenden möchte. Und das mit der Zunge, das müsste eigentlich heilen. Es ist schon so gut wie weg. Es war jetzt vor zwei Tagen oder ich glaube vor drei Tagen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das mit der Zunge ist wieder alles okay. Und ja, Leute. Ich würde dann sagen, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Checkt das letzte Video ab mit den sauren Bonbons. Dieses Video basiert ja auf dem letzten Video so gesehen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.